Einen wunderschön! Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir kommen zu Odin war shoppen. Ich war nicht bei Amazon shoppen. Da machen wir jetzt nur ein Unboxing. Da kommt dann später ein Hardware-Video. Ich will euch das nur zeigen. So. Da mache ich auch wahrscheinlich ein richtiger Unboxing und ein richtiger Hardware-Video dazu. So, da habe ich mir nämlich das hier holt. Eine Ladestation und die soll gehen, ich denke mal, weil der Akku vom Galaxy S6 ist nicht unterschiedlich im Gegensatz zum S5. Nur hoffe ich, dass es bei mir Funktion nuckelt. Die New Version vom QI, keine Ahnung, T517 Showitisch. Ja, das habe ich mir geholt. Da bin ich mir gespannt. Da wird es auf jeden Fall ein Unboxing und ein Hardware-Video geben. Da legen wir auch erstmal hier rüber. Das ist alles zum Abarbeiten. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi! Das sagt euer Odin.